Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Oblivion. Die Elder Scrolls. Das habe ich jetzt mal übersprungen. Diesen Einzug da, der ist langweilig. Oder die Elder Scrolls. Also es ist Teil 4. Ich würde sagen, wir quatschen nicht lange rum und drücken auf neues Spiel. Naja, wer so das von meinen alten Videos kennt, der weiß ja wie das läuft. Ich beginne nochmal von vorne. Weil ich es kann. Wie ein Skiller in der Hood bin. Ne, okay. Nein, leck mich. So, Rasse wollte ich wieder meine alte machen. Oh ne, Mann. Wo ist denn meine alte Rasse? Also ich mag die nämlich alle nicht. Außer den hier. Das ist irgendwie mein Schatz. Mit dem habe ich schon alles. Mit dem hatte ich schon alles durch. Also so. So, wie machen wir das denn hier? So schön hoch. Hier, das lassen wir so. Feinzüge. So. 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 Bisschen breites Gesicht müssen wir haben, ne? Bisschen breites Gesicht müssen wir haben, ne? So. Gucken, etwas interessiert. Das genehm ist. So. Im Frühling. So. 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 Okay. Oh. Ich habe Schnupfen. Das tut mir auch schrecklich leid. Ich will ja eigentlich keinen Schnupfen haben. Aber ich habe ihn halt, ne? Hallo, nein, stimmt, so, 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 sexy, sexy man, lol, lol, Ah, nee, das ist Kinn, Augen, Kinn, Stirn, Kiefer. Alter, was man hier alles machen kann, ist ja, sag mal. Das lassen wir am besten so. Mund, Mund ist noch ganz wichtig gespitzt. So, fröhlich, traurig, fröhlich. Mund hoch oder niedrig, okay, so fit wollen wir gar nicht, so. Lippen schmal oder voll, Mund groß oder klein, Mund lippengroß und Mund gekräuselt, gekräuselt, zusammengepresst, ich kann Mund gekräuselt sein, Alter, Tide, Haut. Oh, oh, scheiß jemand an, Alter, zieht euch die Kacke rein. Alter, Vater. Oh mein Gott. Na ja, wie auch immer, so, wo waren wir, wo waren das hier, ne? So, wir waren so ein bisschen, so ein bisschen dunkler schon. Oh, das sieht gut aus. So, hell, 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 hell. Haben wir so ein bisschen Kriegsbemalung. Barrt. Gerötet, blass, blass, gerötet. Ja, das ist in... Oh mein Gott. Hey, das sieht geil aus. Das sieht gut aus. So eine helle Fresse. Na, na, so. Gott, wie lange der wohl vor dem Spiegel steht, um sich so zu schminken, ja? Will ich auch nicht wissen. Augen. Eieieieiei. Können wir dem hier auch noch Mascara und alles verpassen? Boah, ey, der... Wie viel Zeug, der sich wohl aufs Gesicht klatscht, war? Eieieiei, die Arme, die Arme, die Arme, die ist... Ich will ja gar nicht wissen, wie der da drunter aussieht, ja? Wenn der mal seine Maske abnimmt, also... Das muss ja schlimm aussehen. Oh ja, wie immer solche fette Dinger. Lippen. Hm. Ah, jetzt? Das ist ja mal scheiße. Guck mal, hier ist das so wie bei meinem Minecraft-Skin, wenn man meinen Minecraft-Skin schon mal gesehen hat. Da sind die Augen, sind der Hut. Also, die Augen sind dann hier oben. Wenn ich einen Hämmer fahre, sieht man die Augen nicht mehr. Und hier ist das so mit dem Mund. Eigentlich ist der Mund hier, aber der Mund ist da unten. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Lippen... Krötet mache oder so, dann verändert sich das nur da unten und nicht da, wo ich das will. Und dann mach ich das jetzt so. Das ist ja scheiße. So, Lippen... Nase. Nase. Also, ich muss aber ganz ehrlich sagen, das mit den Wannknochen hier, das habe ich jetzt schon echt gut hingekriegt. Die Farbe, die sieht echt... Sieht echt gut aus. Naja, es geht. So, das wäre das. Das wäre das Gesicht. Rippen. Rippen. Ah, dann muss ich sie von der Seite sehen. What the fuck? Dem geht mir so richtig geilen Skin. Achso, da geht noch ein bisschen was. Kommt das so nach oben? Nee. Entweder so Stacheln. Richtig gefährlich, man. Oder so Dornen. Oder die Rippen. Nee. Oder... Erokesenschnitt. Nee, wir wollen ja nicht zu schlimm aussehen. Also, ich finde, die Stacheln, die reichen schon völlig. Ja. So. Wieso kann ich jetzt hier nichts machen? Länge. Wollen wir so kleine und junge Stacheln machen, damit die nicht so gefährlich aussehen? Oder wollen wir so richtig... Männerdinger machen? Wir machen so die Mittel davon. Okay, das ist die Mittel, aber trotzdem. So, Alter. Wollen wir so einen ganz, ganz jung aus uns machen? Oder wollen wir so einen alten Kindergarten aus uns machen? So einen alten, weisen Mann. Machen wir schon so ein bisschen in die Jahre gekommen, sag ich jetzt mal. Ich will dieses Blau halt sehen, ne? Das ist mir aber zu krass. So, Haut. Machen wir so. So, Name des Charakters ist ja logisch, ne? Mach ich da jetzt XX oder mach ich? Mach ich einfach nur Lexi? Mach einfach nur Lexi, ne? Lexi. Bänden. Bänden. Äh... Ja. Oh! Achso! Äh... Achso! Ausbewegen wäre ja so Standard, ne? Hier, zack, zack. Lol. Hier. Uah! Uah, stimmt! Ja, komm, hier, nimm das! Fick dich! Du scheiß Mologe! Warum kippst du nicht um? Kann ich auch treten? Ich kann mich auch hinsetzen. Ich will hier gegenschlagen? Alter, das ist ja überall realistisch so gemacht, ne? Fick dich! Stimmt, du Arschloch! Ich mach dich fertig! Heißt du jetzt Agonia? Ihr werdet hier drin stehen. Ich mach dieses schluss... ...irrgend... Ha, 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 ha! Hm, 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 hm. Hm, nee. Breg中, выгляд ich nicht dass ich ein Voril devo. Pum. Pum. Och. Ja, sei du da hinten jetzt. Hey, ganz cool, ganz cool. Hm, auf geht's. Wer bist denn du? Was geht ab, alter Mann? Äh, wer soll dir? Warum bin ich im Gefangnis? Wir fragen jetzt mal, wer er ist. Meint der nicht ernst, oder? Das meint er doch wohl nicht ernst. Ich glaub's nicht. Ja, okay. So, was soll ich tun? Ihr werdet euren eigenen Weg finden. Hütet euch, denn vor dem Ende werdet ihr viel Blut und Tod sehen. So, das war mein iPad. Aha. Ja, warte, warte, warte. Escape, escape, escape. So schnell den Timer wieder reinmachen. Ah, da kommen solche ganzen Probleme mit sich, wa? Ach, ist halt nicht schön, ist halt nicht schön. So, was dachte ich? So, weiter geht's, hab ich gehört. Wie kann ich nochmal rein? Mit Shift? Ah ja, mit Shift. Wie? Penus. Darf man das hier sagen? Penus? 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 Ich bin nicht groß. Ich nehm nur abairy zurück. Das geht dich nichts an demonstriert. Hey, wo weiße Sach sydler. Ei 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 ein ei ei There ei ei ei... Ei, ei 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 ei那. Die mögen mich nie. suchst euch selbst du 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 ich werde nicht da 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 ne wie kann ich denn mal durchsuchen mit tappen kann man immer gut gemacht äh ähm kleidung da ich will das anziehen jetzt bin ich nackig was habe ich das gemacht ich will die scheiße nicht anziehen ich zieh das hier an wie immer so wo ist jetzt dieser master renault hier ähm ach da ist ja wirklich renault geil so kurzwert das hier hallo ja auch noch gerne so und das kleidung nur hat keine kleidung wollt ihr mich verarschen der sauviel kleidung der sauviel der sauviel freut ihr mich denn alter ne fuck ok so wenn hier ist es ja wobei äh nehmen wir das katana na gut dann würde ich sagen speichern wir an dieser stelle mal speichern er hat schon mal gespeichert dass ein neuer speicherstand und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge tschüss meine freunde Bis zum nächsten Mal.